Katayev, Jewel of the Black Sea. The media suspects wrongly that a ship brought the plague into port. Is it any wonder that I prefer to give my news from illegal surveillance? Okay, 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 Zombies. Zombies sind statt, ne? Okay. Ja, das lassen wir hier schön durchschnetzeln. So, Kabam. Oh, hier ist eine Horde von etwas härteren kleinen Arschgeigen. Oh, ich habe eine neue Stufe erreicht. Äh, ich werde das gleich skillen, sobald ich mit diesem Arschgeigen hier fertig bin. Na, 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 na. Ja, ich muss die nicht immer alle finishen, ne? Also nicht mit so einem super geilen Move. Ja, ja, da muss ich noch nicht mal Dingsvision verwenden, um das zu sehen. Keine Ninja-Vision. Aber bevor ich irgendwas mache, äh, es war hier, ne? Ja. Stufenansteig. Äh, bitte was? Schwertöpne und Drücke. Hatte ich das nicht letztes Mal schon geskillt gehabt? Entschuldigung, aber hatte ich das nicht schon mal gehabt? Aber okay. So, dann haben wir hier so einen Story-Teil bekommen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was es bringt, aber meinetwegen. Ach, wir sollen hier lang. Ah, okay. Gibt's hier irgendwas? Nee. Ich wette, hier kommt doch hier gleich ein bisschen Pogo-Action, oder? Pogo oder Killer-Clown und so'n Stuff. Komm, wir sind auf dem Friedhof. Mann, das ist ne Einladung. Oh ja. So, komm. So. Nein, 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 nein. Zwei auf einmal ist nicht ganz so nett, aber das sollte machbar sein. Ja, komm. Hau mal deine Moves raus. So. Oh, 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 oh. Das ist nicht nett. So, komm. Wow. Die Kamera ist auch ein bisschen seltsam, aber damit sollte man leben können. So, mehr sehen. Wow. Du zwirbelst und zwirbelst und so und jetzt kommt der Neugobite und zerbummst sie in den anderen. So, das wird er wieder. Ach, nee. Oh. Doch, das wird ganz lustig mit den kleinen Freunden hier. Oh, da auch nicht ganz. Aber jetzt kommt mal her und schön sterben und so, ne? So, der hat ja jetzt gerade seinen Angriff doch gerade vollendet. So, dann geht's dabei. Die sind schnell, diese kleinen Wechsel. Das muss man zugehen. Wow. Nein, 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 nein. Die wollen nichts Gutes. Ich aber auch nicht. So, komm. Oh. Aber zumindest das will... Ach, der eine ist schon tot. Oh. Ich will aber, dass jetzt der andere auch noch stirbt. So, komm. Na komm, du kannst mir nicht hinkommen. It. Pennywise. Bleib hier. So, mal sehen. Und dann kommt hier. Oh, was muss ich jetzt drücken? Oh. Ja, 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 ja. Na, endlich, ey. Endlich, dass ich das erste Mal hinbekomme. Leben! Leben! Scheiß Viecher, ey. Endlich, die daunen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das hinbekommen würde. Oh. Ja, ich hab' nicht gesehen. Kommt denn her. Sicherlich von hier, oder? sie kamen aus dem Boden wie Rauschen es war ich gegen 50 der lebenden Tod ich mag meine Chancen was habe ich denn da gerade hingepackt ist das gerade Sprengstoff oder was ist das ach so ach so ist das gemein ich dachte erst mal hier links rechts Dingsy okay okay lass uns hier ein bisschen Spaß haben oh ich mag die Musik erinnert mich ein bisschen an Prodigy und Stuff ne wer von euch hört dann eigentlich auch noch so Prodigy so und was kann ich hier mitmachen irgendwas besonderes nein ja nein vielleicht doch nein verdammte scheiße was ist das denn hier kann mir das jemand erklären was ist das was ist das ich kann es mitnehmen so alles gut ich weiß noch nicht was es bringt aber es wird sicherlich irgendeinen nutzen haben oder oh naja oh naja Foden weg von mir ist auch jetzt guck mal Ringblum Ringblum Staffen scheiße wuuu scheint jetzt wieder weg zu sein ach ich konnte das aufnehmen das war von irgendeinem kleinen Lappen hier sicherlich ist hier irgendwas drin äh ich frage mich ob in diesen Dingern da drin noch was versteckt ist ne Lord Norbert weiß dass immer irgendwas versteckt sein muss aber na gut dann nicht so ich dachte ich war der einzige der mit Organs ooo das erklärt die Musik ein wenig heh ich mag Death Metal oh man so dann lass uns einfach gucken was gibt es denn hier so schönes so zünzer Hacken die Musik ist ja wirklich schön ich werte da hängt wieder irgend so ein Sammy drüber ja 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 ich wow blablabum ja ja jetzt habe ich keine Ahnung was da abgeht ist das jetzt wieder so ein neuer Typ von irgendwelchen Viechern ich finde das nicht sehr nett so jetzt aber alter alles ist gut solange du wild bist was zum Teufel ist das denn jetzt für ein Shit alter der arme Kerl hat noch niemandem was getan gibt es hier irgendwas kann ich hier rein um mich zu verstecken oder so nein läuft die nicht hier noch irgendwo rum ja what the fuck ist das Shit komm her dein System distribuiert elektrische charge aber es ist nicht ein Mirko-Worker zu viel Bejalt überlebt dein Körper und verhindert deine Arme-Abilities benutze deine Graphite-Polymer-Chain-Attachungen um die Elektrische zu verhindern okay alles klar ey 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 so dann wollen wir mal ach so muss ich ja so über den kleinen Kammerangriff erstmal zerlegen wow wow das sollte noch was sein na komm wow 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 die sind böse die ist böse die ist nicht nett na komm her oh das sah nicht gut aus das sieht nicht gut aus nur wobei du bist in der ersten Aufnahme na nach der zweiten Aufnahme schon zweimal gestorben was soll das okay immerhin weiß ich jetzt wie ich an die äh ja Zommenbrau da rangehen soll oh Gott das kann ja was werden ne ne Robert hier wieder muss jetzt wieder seine Skills beweisen die er gar nicht hat so erstmal tot allen Gästen so komm erst mal weg mit euch da war ja noch hier einer so na komm auf der anderen Seite sind auch noch ein paar so und weg mit euch zack 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 so komm der eine wirft ja immer noch mit Sachen so weg mit euch sag mal kommen wir erst nur zuvor oder sind die vorhin schneller umgefallen so jetzt soll der raus kommen oder ja so ok also wir wissen ja jetzt bescheid ich muss die erstmal weg wo na komm alter so komm die macht hier wieder ihren zu ihren stopp hallo und was hat hier für moves drauf so bang hohohoho nicht gut und kaw schon weg hier wo alter wer kommt denn auf diesen kack Ich kann nicht sehen, was jetzt abgeht, aber ich glaube, das muss ich auch gar nicht. Kommt die auch mal runter? So, ja, sehr gut. Oh. Ist das jetzt so eine Art Bossfight oder so? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. So, komm. Ich weiß noch nicht mal, ob ich immer noch auf dem selben Level bin. So, komm schon. Nenno, man braucht ein bisschen Leben. So. Dann geh mal her. Ein bisschen Sömele, Sömele, Sömele. Ich brauch mehr Wut. Dann geht das noch ein bisschen schneller hier. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den Kuchen da zerstören könnte. So, komm. Einmal weg mit euch allen. Alter. So. Ich frag mich ab, wie lange ich das jetzt hier noch durchzwiebeln muss. So, komm. Es wird langsam schwarz-weiß hier. Das finde ich jetzt nicht so toll. Oh Gott, jetzt kommt sie wieder. Hui. So, elektrische Schilde, blablabla. Überladen dich, wenn du mit Schwert oder Paddings. Ja, ja. Mimpflegel. Ich weiß, Mimpflegel. So, aber, die Sache ist die, äh, was ist, wenn ich noch nicht mehr dazu kommen, Pflegelangriff zu machen, weil ich zu blöd zum Spielen bin. Ja. Na, so weit. Man sieht deinen Skill. Hahaha. Okay, also, ich muss mich da erstmal ein bisschen hier, ne? Müssen ganz spielen. Ach, exekutieren muss ich die Leute, damit ich Leben bekomme. Ja, super. Das heißt also, wenn ich die Chance habe, dann diesen Haufen anderen Gegnern zu töten, dann soll ich es so tun, ne? Also, darf ich bitten? So, bang, bang. Einmal mit ein paar schweren Angriffen und dann geht das schon. Zack, zack, zack. Combo-Breaker. So. Ne, mir gefallen ja so eine Angriffe, wirklich. Also, ich mag die Kombos, die ja hier rauskommen kann. So. Jetzt sind dann noch diese kleinen Wichser hier. So, kabam. Weg mit euch. Wer, wer lacht denn da? Ich höre das hier auf beiden, auf beiden Seiten meiner Kopfhörer. Das ist verwirrend, wenn man auf einmal so, hör, hört. So ein richtiges, ho, ho. Okay. So, dann wollen wir mal den armen Kerl hier aushelfen. Und die snitcht jetzt. Alter. Ja, komm her. So, zack, zack, zack. Ja, komm. Und. Ui, 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 ui. Wieso kann ich nicht ausweichen? Na. Hey, wir haben die jetzt dieses Mal richtig schnell da hochgebracht. Da bin ich irgendwie stolz. So, komm. Zack, 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 zack. Und weg mit euch, komm. Irgendjemand muss sich doch hier exekutieren. Also, gleich irgendjemand exekutieren können. Das ist die Staff. Ja, gib mir Leben. So, zack. Ja, sehr gut. Jetzt hab ich mal sogar meinen Wutausbruch, Staff. Gefällt mir. So, komm. Ich brauch jemanden zum exekutieren. Ja, sehr gut. Ich hab da gerade noch jemanden gesehen. So, komm. Und der nächste, bitte. Ja. Leben, so viel Leben. Und der nächste, bitte. So. Oh, anscheinend sind sogar diese Szenen sogar sehr vielfältig. So, ich werde aber noch nicht den Wutanfall zünden. Weil ich das sicherlich noch brauche, um die Snitch so schnell wie möglich down zu kriegen. So, okay. Ist gut. Darf ich bitten? So, erstmal Blutrausch, ne? Komm schon. Wie darf ich jetzt gar nicht mehr so lange leben können? Oh, yeah. Geht doch. So, ich würde dir jetzt zutrauen, dass es ihr Werk ist. So. Dann Maranda, hä? Oh, yeah. No, weil das jetzt mittlerweile geskylt her. Wir sind nahe zu dem Lingerie-Shop, aber noch nicht von der Lissening-Team. Haben sie sich selbst mit der Infektion-Haut? Hier ist eine Frage für dich. Wo ist Hayabusa? Und warum ist mein Fuß noch nicht auf seinem Arsch? Komm, Tiger. Ich weiß nicht, wo er ist. Ratio. Wilkommen. $1. Willkommen. Untertitel